Vala-Kilyasana ist die Stellung der Himmelsgeister oder auch der Himmelswesen der Engel. Vala-Kilyasana ist eine fortgeschrittene Variation der Taube Kaputasana. Vala-Kilyasana besteht daraus, dass du ähnlich wie in die Taube kommst, nur dass du mit den Händen ans Fußgelenk fasst und das Bein mehr nach hinten gibst. Du probierst nicht den Kopf auf den Fuß zu bekommen, sondern den Fuß vom Kopf weg zu bewegen. Als Variation gibt es noch Raja-Vala-Kilyasana, das ist aber das Thema eines anderen Videos. Wenn es dir gefallen hat, schnell klicken auf Gefällt mir.